Hallo und willkommen zum ersten Klassen Setup Video von mir und ich würde einfach mal sagen wir fangen mit der M-TAR-X an. Ja Call of Duty Ghosts jetzt endlich mal erstes Klassen Setup und die M-TAR durfte ja auch bekannt sein aus Black Ops 2. Da war es meines Wissens nach aber ein Sturmgewehr, dieses Mal ist es eine vollautomatische Maschinenpistole und ihr schaltet die M-TAR-X mit neun Trupppunkten frei. Trupppunkte sind jetzt das neue in Call of Duty Ghosts. Ihr bekommt Trupppunkte indem ihr halt bestimmte Dinge erledigt, zum Beispiel jetzt macht 25 Kills mit der M-TAR-X und dann bekommt ihr so und so viele Trupppunkte, also Herausforderungen abschließen. Oder ihr spielt einfach Multiplayer und ja dann bekommt ihr das eigentlich auch. Die M-TAR-X ist die teuerste MP mit diesen neun Trupppunkten, also ihr braucht am meisten Trupppunkte in der Kategorie Maschinenpistole um die M-TAR-X freizuschalten. Die M-TAR-X hat ein Magazin, also eine Magazingröße von 38 Schuss. Sie macht einen Schaden von 40 maximal und 25 minimal. Wenn ihr euch jetzt sagt, ja was soll denn der Scheiß? Ja, weil wir jetzt 40 und maximal und 25 mindestens. Das ist ganz einfach erklärt. Ähm, stellt euch einfach so einen Soldaten vor. Der hat 100% Leben, also in Call of Duty Sprache gesagt 100 Hitpoints. Ähm, 100% Leben und ein Schuss macht mindestens 25% Schaden, also 25 Hitpoints Schaden. Das heißt, wenn ihr einen Schuss trefft, hat der Gegner nur noch maximal 75% von seinem Leben. Da aber auch die Chance besteht, einen 40% Kill zu machen, äh, oder Hit, also Hitpoint. Deswegen kommt ja auch Hitpoint als, wegen Hit, ja. Ähm, besteht eben die Möglichkeit, dass ihr ein 3-4 Hitkill macht. Das heißt, wenn ihr 3 Schüsse killt, ist er mit viel Glück sofort down, es sei denn, ihr macht halt auch noch einen 25 Hitkill. Oder Punkt, Point, Hit. Ähm, das heißt, wenn ihr 4x 25 Hits macht, also 4x den mindesten Schaden, dann ist er auch tot. Und 3x den Maximalschaden ist er auch tot, somit ein 3-4 Trefferkill. Es ist die drittstärkste, ähm, MP. Und, ja, also jetzt vom Maximalschaden her, es sind bloß noch die Bison und die Vector-CAB stärker. Aber an sich ist es die stärkste MP, da sie den deutlich höchsten Mindestschaden hat. So, ähm, dann gibt es die Schüsse pro Minute, die, ähm, MTH-X hat, äh, 724 Schüsse pro Minute. Und es gibt dann ja für die Maschinenpistolen noch einen Schnellfeueraufsatz. Danach hat sie dann 905 Schüsse pro Minute. Kommen wir jetzt zur Nachladezeit. Ähm, bei einem komplett leeren Magazin, also wenn ihr genau 0 Schüsse habt, dauert das Nachladen bei der MTH-X, also die Animation, 3 Sekunden. Wenn das Magazin teilweise leer ist, also, keine Ahnung, zum Beispiel noch 1 Schuss drin ist, noch 18 Schuss drin sind 15 Schuss, dann dauert die, äh, Nachladeanimation 2,42 Sekunden. Aber ihr könnt beim teilweise leeren Magazin, also bei dem 15, 18 Schuss, bla, 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 könnt ihr die Animation nach 1,9 Sekunden abbrechen. Das heißt, ihr spart euch 0,52 Sekunden. Also eine halbe Sekunde. Und das kann schon ganz schön viel sein in so einer Situation. Das, äh, abbrechen könnt ihr einfach, indem ihr nach vorne sprintet. Das heißt, ihr drückt auf Nachladen, wartet 1,9 Sekunden, dann springt die Anzeige rechts unten wieder auf volles Magazin, dann könnt ihr sprinten. Das Nachladen bei einer, ähm, bei einem komplett leeren Magazin, also bei 0 Schüssen, dauert 2,74 Sekunden. Somit, ähm, spart ihr euch da dann eben 0,26 Sekunden aufs komplett leere Magazin, wenn ihr, ähm, ja, das Nachladen abbricht. Kommen wir nun zum eigentlichen Setup, ja, wie man die MTA-X am besten spielen sollte. Also, so wie ich sie spiele, ähm, ich spiele sie mit dem Schalldämpfer und dem Rotpunktvisier. Ihr könnt natürlich das Rotpunktvisier auch weglassen, aber ich finde persönlich, man ist mit dem Rotpunktvisier deutlich präziser, ähm, mit der MTA-X, denn sie hat einen recht hohen Rückstoß. Entschuldigung. Ähm, ja, sie hat einen recht hohen Rückstoß. Das muss man eben mit berücksichtigen. Und, ja, als Sekundärwaffe habe ich gar keine ganz einfach. Darum, warum ich auch keine Granaten dabei habe. Man kann mehr Extras benutzen. Und, ja, Extras sind ja im Prinzip das A und O. Ich meine, ihr könnt euch eine Sekundärwaffe eigentlich einfach vom Boden aufheben, wenn ihr eine braucht. Aber braucht man ja eigentlich nicht unbedingt. Zu den Perks, ähm, das ist ja jetzt auch anders gemacht. Ihr habt ja nicht, ähm, könnt ja nicht maximal drei Perks vergeben und könnt dann halt mit drei Extra-Packs nochmal drei Perks extra vergeben. Jetzt gibt's ja, ähm, Kategorieeinstufungen. Zum Beispiel, ähm, Fingerfertigkeit hat die Kategorie 2. Das heißt, ihr verbraucht dadurch zwei Punkte und könnt dann halt dementsprechend weniger Perks auswählen. Wenn ihr halt nur Einser-Perks macht, könnt ihr deutlich mehr mitnehmen, wie wenn ihr nur Zweier-Perks mitnehmt. Als ersten Perk habe ich dabei Fingerfertigkeit. Ist einfach, ja, dazu da, schneller nachzuladen. Ist ja bekannt aus den vorigen COD-Teilen. Dann neu ist jetzt unterwegs. Das bringt, dass ihr während dem Sprinten nachladen könnt. Das heißt, wenn ihr jemanden seht und wegrennen wollt, ein leeres Magazin habt, könnt ihr während dem Rennen nachladen und somit dann gleich wieder angreifen. Als nächstes Blinde-Überwacher. Ist eigentlich auch bekannt aus den vorigen COD-Teilen. Damit ist man halt nicht für Orakels und andere zu sehen, aber man ist weiterhin für Setcoms zu sehen. Aber da gibt's auch noch ein Extra, komme ich später dazu. Als nächstes habe ich Totenstille. Ist eigentlich auch bekannt, dass die Gegner einen nicht gut hören, also nicht wissen, woher du kommst. Es sei denn, man hat den Perk Verstärken dabei. Dadurch hört man eben auch die mit Totenstille. Als nächstes ist ganz klar Plünderer. Das ist ja wirklich bekannt, was das macht. Das bringt einfach mehr Munition. Die Gegner lassen Muni-Päckchen fallen. Und als nächstes noch was Neues, und zwar Intensivstation. Dadurch tut ihr euch einfach schneller regenerieren. Jetzt dann zum Angriffspaket. Ich benutze Spezialist mit der MTX. Da ich sehr gerne auf schöne, hohe Killstreaks gehe. Funktioniert noch nicht immer, aber man gewöhnt sich langsam dran. Und ja, da ist Spezialist eigentlich nicht schlecht. Und als Spezialist Pack 1 sozusagen, also als Extra 1 kann man schon sagen, habe ich Vorbereitung. Das bringt, dass ihr die Waffe nach dem Sprinten schneller benutzen könnt. Und dieses Extra bekomme ich, nachdem ich 2 Kills gemacht habe. Als nächstes Erniedrigung. Das bekomme ich, nachdem ich 4 Kills gemacht habe. Und das bringt, dass eben einfach dieser Totenkopf, der auftaucht, wenn ihr jemanden tötet, oder wenn jemand von den Gegnern stirbt, erscheint ja so ein... Wenn jemand von euren Verbündeten stirbt, seht ihr ja so einen Totenkopf. Dann wisst ihr, wo er gestorben ist. Das verhindert dieses Perk. Als nächstes dann noch Aussteiger. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Da ist man jetzt nicht für die Setcoms zu sehen. Die bekomme ich dann nach 8 Kills. Und in dem Fall, ab dem 10. Kill, also wie unten auch dran steht, bei der Klasse erledigen sie 10 Gegner für einen Bonus. Das ist dann der Spezialistenbonus. Ist auch ein bisschen anders. Da bekommt man dann nicht alle Perks, sondern nur ausgewählte. Mir fehlen da jetzt natürlich welche, wie ihr seht, aber das kommt einfach daher, dass ich noch nicht so viel freigeschalten habe. Und das war das Maximale, was ich bisher freigeschalten habe. Ja, da drin habe ich dann eben noch Aufklärung. Das bringt, dass wenn Gegner von seiner eigenen Granate getroffen werden, wird er auf der Minimap angezeigt. Das heißt, wenn ihr so die Hitbox in der Mitte bekommt, also dass ihr so einen Hitmarker kriegt da so hin mit der Granate, dann wisst ihr, wo der auf der Karte ist. Dann noch Lagebericht, das ist auch bekannt aus MW3 zum Beispiel. Da könnt ihr einfach feindliche Ausrüstungen aufspielen, also seht ihr es dann so schön umrandet. Als nächstes weiche Landung. Dadurch bekommt ihr einfach keinen Fallschaden, wenn ihr irgendwo runterspringt. Könnte auch nützlich sein, wenn ihr schnell irgendwo abhauen müsst, angehittet seid und da ist es dumm, wenn ihr durch Fallschaden sterbt. Und als letztes dann noch Spieler. Das bringt eigentlich nicht wirklich viel. Ich habe es halt einfach mal reingehauen, weil ich nichts anderes hatte. Und zwar bringt Spieler, dass man eben mit einem, ja, random extra weiterspielt. Jo, das war es jetzt erstmal von dem Klassen-Setup. Ähm, die MTA, also mein Fazit, ist eigentlich eine richtig geile Waffe. Ist eine meiner Lieblingswaffen. Ist eigentlich fast für jede Distanz. Also obwohl sie einen mittel- bis hohen Rückstoß eigentlich hat. Ungefähr, also sie verzieht schon ziemlich. Ähm, deswegen habe ich ja auch Rotpunkt drauf. Aber dennoch, ähm, schafft man es ziemlich gut, über Distanz zu töten, wenn man halt versuchen kann, die Maus ruhig zu halten. Ähm, ja, so an sich mein Fazit. Also die Map, äh, die Map, äh, die Waffe, die ist richtig nice. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Und, ja, würde ich einfach mal sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Und, ja, schön fleißig weiterkillen. Euer Shadow. Bis dann.